Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Wohnwelt GmbH, Ihrem lizenzierten Videomakler in der Region Bremen und Bremerhaven. Wir vom Bewerbeverein Weberkrieg freuten uns, das heutige Straßenfest hier und heute bei blauem Himmel und weißem Schaumpapier eröffnen zu dürfen. Am letzten Sonntag im September wurde in Bewerstedt das traditionsreiche Straßenfest eröffnet. Die Veranstaltung gehört seit vielen Jahren zu einem der meistbesuchtesten Märkte der Region. Ausgerichtet wird das Fest vom Gewerbe- und Verschönerungsverein der Gemeinde. 1980 ungefähr haben wir angefangen ein kleines Fest auf dem Bewerplatz zu machen. Und da wurden dann ein paar Buden aufgestellt und da wurden auch größere Kapellen eingeladen. Und dann hat sich nach und nach dieses Fest vom Platz verlagert in die Straße. Erst nur in die Poststraße, inzwischen machen wir aber auch das Straßenfest in der Logestraße, weil die ja entwidmet worden ist. Es ist jetzt eine Gemeindestraße, war vorher eine Bundesstraße. Und wir machen zusätzlich den mittelalterlichen Markt rund um die Kirche, weil das hat den Vorteil, dass wir modern und mittelalter zusammen in Bewerstedt haben und hoffen, dass jung und alt in Bewerstedt immer einkaufen werden. Oh zapft es, lautete das diesjährige Motto. Jedes Jahr gibt es ein anderes Motto für das Straßenfest. In diesem Jahr wurde zu einem zünftigen Oktoberfest geladen. Der Gewerbeverein stellt dieses Straßenfest jedes Jahr unter einem anderes Motto. Und dieses Jahr war das Motto nun mal eben Oktoberfest. Und diesbezüglich haben wir als Verantwortliche gedacht, dann wollen wir uns auch zünftig in Schale schmeißen. Das macht Spaß. Es zeigt, wie flexibel der Weberschnitter ist. Also nicht nur stur irgendwo hier der sture Norddeutsche, sondern dass wir allen Spaß auch mitmachen. Und jedes Jahr etwas anderes zeigt auch die Flexibilität des Ortes. Und so wollen wir uns auch präsentieren, flexibel. Und dementsprechend flexibel wurde auch das Festprogramm für die Besucher gestaltet. Neben dem Straßenfest bot zusätzlich ein Herbstmarkt und ein Mittelalterfest Abwechslung für Jung und Alt. Denn mit dem Angebot wollen die Veranstalter vor allem Besucher aus den umliegenden Gemeinden für einen Ausflug nach Bewerstedt begeistern. Man muss immer mal wieder zeigen, wie heißt es so schön, tu Gutes und sprich drüber. Und wenn wir nicht das präsentieren, was wir hier Positives haben, dafür ist so eine Veranstaltung halt da, dann erreichen wir die anderen nicht. Und deswegen heute bei gutem Wetter hier unser Straßenfest mit Herbstmarkt ist ein besonderer Anlass dafür. Und ich habe so den Eindruck, dass wir heute auch wieder viele, viele Besucher haben. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit und bummelten über die verschiedenen Märkte. Aufgrund der baulichen Veränderungen der vergangenen Monate wurden extra zwei Straßen für die Veranstaltung gesperrt. Nicht nur daran ist deutlich erkennbar, dass sich die Gemeinde Bewerstedt entwickelt. Bei aller Kritik, die sicherlich auch da ist, wenn es darum geht, hier den Ortskern zu verändern, müssen wir ganz deutlich sagen, eine politische Entscheidung, die vor 10, 15 Jahren hier gefällt ist, nämlich, dass wir nicht wie in anderen Orten das Geschäftsleben außerhalb des Ortes haben wollen, sondern wir wollen es in den Ort rein haben, führt dazu, dass wir natürlich den Ortskern nach und nach verändern. Wir kriegen einen zentralen Platz und seitdem hier wieder Leben im Ortskern ist, das merken wir natürlich auch, dass Geschäftsinhaber hier wieder investieren, dass wir neue Geschäfte kriegen und damit das Ganze attraktiver für unsere Bürgerinnen und Bürger machen. Dazu soll auch weiterhin das Straßenfest einen großen Teil beitragen. So wird natürlich auch in den kommenden Jahren wieder gefeiert. Dann allerdings unter einem anderen Motto. Dieses Video wurde Ihnen presentiert. Wir bringen Immobilien nach Hause. Das ist das Video wurde Ihnen presentiert. Wir bringen Immobilien nach Hause.